Wir machen es immer rückgängig, was wir eben getan haben, oder? Oh, schade, wenn es erst einmal offen war, geht es nicht mehr zu. Doch. Äh, schickst du mir bitte nochmal eine N-White? Eine N-White? Mal schauen, wie das... N-White. Egal, was zu essen. Ja, essen. Oh, cool. Was habt ihr noch alles gebraucht in den Sterben? Knochen und? Klauf. Hast du die Kleidung... Ah. Achtet. Ich kann auch meine Axt abtrailen mit einer Feder, dann wird es ja, glaube ich, schneller. Ah, schade. Hat noch jemand eine Feder? Nein, ich brauche auch Federn für, äh, das ist das Ding für den Boden, also für Pfeile. Ja, wir müssen hier was drauflegen. Das haben wir schon, die Tür ist schon lange offen. Ja, die ist zu cool bei mir. Oh. Die ist auch zu offen. Bei mir ist sie offen. Guckt Leute, ich kann durchlaufen. Mit drücken. Wow. Ich bin da. Ja, dann legen wir mal was drauf. Ihr müsst einfach ein paar... Ihr müsst nicht euer Werkzeug drauflegen. Ihr könnt auch Stöcke und Sperre drauflegen. Legt einfach Stöcke drauf. Ich hab leider nichts, dass wir hier an. Warte mal, ich hab noch einen Stock. Es ist sehr offen. Jetzt ist offen? Jetzt? Es ist noch mal ein Stück. Wow, ich brauche... Ihr seid hier schon drin. Ich wollte es erst erst sehen. Wow, das ist wirklich traurig. Braucht ihr noch irgendwelche, äh, Dosenfutter? Essen? Essen nehme ich immer gerne. Ja, da wollen wir das, äh, Essen gerade. Oh, wie viele Leichen hier liegen. Jetzt hast du ne Bibel aufsammeln. Soda! Ja, jetzt haben wir ne Bibel. Hier liegt ne Axt. Hier liegt ne Axt. Hier liegt ne Axt. Kann ich ja mitnehmen? Wie geil. Cool, cool. Ja. Hier aufhören zuerst. Ja, kann ich ja mitnehmen. Alter, mein Inventar ist mega voll. Guck mal, hier ist gerade das Bild vom, äh, Mushi Klaus. Und wir haben gerade auch nebendran die Axt gehabt. Die Axt. Und was wenden wir, dass die Axt ihm mega viel Schaden macht? Was ist hier noch mein Faden? 1, 2, 3, 4, 6. Der macht genauso viel wie ich, Bär. Oh. Äh, wollen wir jetzt weiter, oder wie sieht das aus? Geht's hier weiter? Ich glaub, das sieht so nach nem Ende aus, oder? Ja, aber hier vielleicht nochmal durchtauben oder so. Ist hier noch was? Könnten wir versuchen. Mhm. Ja doch, hier ist auf jeden Fall noch was. Tauchen wir nochmal ein Stück. Oh, das ist gut. Ja, hier geht's nochmal übel für drunter. Ja. Boah, sehr sehr tief. Der fett sich, dass alles unschach ist. Was ist denn das so ein Weiser? Klug mal, wie noch nen Fehler. So, meine Flasche muss bald getauscht werden. Ja, bei mir auch. Geht's hier schon hoch, g'r? Ich hab's hier noch über die Hälfte. Oh fuck. Oh fang, komm schöner, schwimm schneller. Hier ist Wasser, äh, hier ist Nauerschmack. Hey, es scheint zu viel zu geben. Doch, wir können wieder hoch um. Ja. Ja, dann lass runter. Ja, cool. Das man hier tauchen kann an alles. Das Spiel entwickelt sich so gut. Das ist cool, was er macht. Brauchen wir irgendwie ein Feuer? Ich hab ja The Forest ziemlich am Anfang geguckt. Also wo das so eigentlich gerade erst rausgekommen ist. Und, äh, das was die mittlerweile aus dem Spiel gemacht haben, ey, huht's ab. Auf jeden Fall, ja. Das ist sehr viel geändert. Ja. Aua! So, mir ist wieder warm. Ja, alles klar, weiter. Ja, alles klar, weiter. Ah, wir müssen wieder tauchen. Ja, alles klar, weiter. Ja, alles klar, weiter. Also, die Sache ist, wenn ich Shift drücke, sehe ich, die Ausdauer geht runter. Wenn ich Shift loslasse, bin ich nur genauso schnell. Hier geht's, äh, komplett nach oben. Und ich glaub, wir sind jetzt nämlich genau hier, wo wir... Ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt hier in einem, äh, wir sind jetzt hier im Wasser. Wir sind jetzt hier, äh, im großen Loch, gell? Ähm, wir sind hier in der Luft. Ja. Wir sind hier in der Luft. Ja. Wir sind hier in der Luft. Da ist was im Wasser. Ah, ich dachte schon. Das ist... Hey, ist das nicht die Unterwasserhöhle, die ich meinte? Ne. Äh, wo ist unsere Hose? Hier sind Schwäne? Schwäne? Wo ist unsere Hose? Da, wo ich... In die Richtung, wo ich schau. Ja, dann lassen wir die Richtung gehen, dann holen wir uns jetzt nämlich noch dieses, der andere hier. Dieses, äh, äh, was ihr gesagt habt habt, was ihr unbedingt haben wollt. Ich weiß nicht, es ist. Die Kettensäge. Ja, genau. Ich würde ja am liebsten noch ein bisschen jagen. Ja, Jim, guck dich mal um, was hier alles ist. Weil ich bräuchte vielleicht noch so ein, zwei Federn für Pfeile. Ich meine, es ist erst mal dieses ganze, äh, Fleisch, was verdoben ist weg hier. Ja. Ich habe noch zwei verdobene Fleisch. Äh, zwei. Äh, zwei... Äh, zwei. Äh, zwei richtige, äh, normale Fleisch. Die können wir aufhängen. Ja, dazu müssen wir nach Hause. Hier sind Baumstämme, als bereits gehackte. Ah, wir sind da. Ein guter Fall, er war erfolgreich. Oh, scheiß. Jetzt hier, bleib stehen. Yes! Okay. Da wo ist jetzt mein... Wo geht das denn? Mal sehen. Ach man, ich hab mein Schwer verwarfen. Scheiße! Nein, 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 nein. Ich hab's dir wieder aufgestellt. Der Hase hängt hier schon. Den Arm ersetzt. Mal schnell speichern. Ja. Äh, wir müssen mal, denk ich mal... Macht mal noch so ein... Macht mal noch so ein Aufhängding. Macht dann noch eins, bitte. Was? Ah ja, komm. Schau mal, das Wasser hier ist voll. Ja. Also das Wasser reingegangen. Hat wohl geregnet. Möglich. Ich weiß nicht. Die restlichen drei hast du vielleicht dabei? Wollt ihr da einen verdrucken Arm ranhängen oder was? Warum nicht? Ja. Ähm, hast du noch drei Stöckchen dabei? Sonst sind wir kurz... Ach man, schade. Ich hab noch drei Stöcke, ja. Ich streff das Re von hier vielleicht. Wenn ich den weg hab ich's. Toll, was war meins? Meins war links. Ich hab's so bekommen. Mein Speer ist weg. Ich hab meinen gefunden. Dein Navi ist doch weiter rechts geflogen. Ja, meiner war hier. Sicher. Da müsst ihr meine Herren voll weiter drüben sehen. Hm, scheiße. Wir können auch Medizin, glaub ich, aus Aloe Vera und so machen. Das sollten wir mal versuchen. Ja, ich weiß... Also, ich weiß wie, aber dafür brauchen wir noch ein paar Abstande. Ah, ich hab schon einen Mix zusammen. Ja, ich hab schon einen. Und ich hab zwei. Zwei Stück hab ich hinbekommen. Okay, nice. Ach, schade. Ich dachte, man kann die kombinieren. Dann wären sie noch stärker. So. Ich bin nochmal ganz los, äh, auf Kau und gucken wir so ein Video eben. Wegen der Kettensäge? Mhm. Ja, das ist auch irgendeine Höhle. Der Kettensäge. Der Kettensäge. Finden... Just give him punch das das war nicht unterstehen irgendwie ging das So Das hier müssen wir auch irgendwo abreißen können Das sieht so scheiße aus Gator Sticks Ach ja, hier Da fehlt noch was Wir müssen irgendwie Cave 7 Wisst ihr, wo Cave 7 ist? Ne, wir brauchen dafür eine Map Wisst ihr, wo die Map ist? Warte mal The Forest Map finden Map den Kompass finden The Forest So, und weil das ganz praktisch ist, dass ich das auch in Gameplay angucken kann Machen wir das direkt so Ähm, wir haben glaube ich einen eingebombenen Nicht lange der niemanden tötet, ist mir das egal Ich weiß nicht, wo er ist, ich hab ihn eben nur gehört Ah, da ist er Oh, Häuptling, Häuptling Oder? Der hat irgendwas Großes Oh, wir werden angegriffen Braucht ihr Hilfe? Ja, 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 die sind überall Also, Bier ist falsch ausgedrückt Ach du Scheiße Ich bin am Jagen Ich muss schnell Aluvera fressen Das war's für heute queilie Wir gehen, aber auch echt gut Das war's für heute Das war's für heute pel Vielen Dank.